BSC TV, präsentiert von Freiberger Brauhaus und Schankhaus 1863. Schankhaus 1863 in der Kaufhausgasse. Das traditionellste Schankhaus Freibergs mit einem unvergleichlichen Flair. Typisch sächsisch, sächsisch-köstlich. Ja, klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Brau-Meister Michael heißt Sie, wie immer, im Schankhaus 1863 in Freiberg. Ganz herzlich willkommen bei F3. Und ich habe heute einen ganz, ganz jungen Gast dabei, den Manuel Senzfuß. Manuel, klick auf und herzlich willkommen. Hallo. Und wie das bei uns üblich ist, wir stoßen erst mal an. Prost, denn wir sind im Schankhaus. Und im Schankhaus trinken wir auch Bier. Prost, meine Damen und Herren. Ja, wenn ich sage, ganz, ganz junger, letzte Woche sind wir 90 geworden. Das stimmt, ja. Noch einen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Vor allen Dingen wünsche ich viel Gesundheit. Das braucht ja ein Fußballer. Ja. Ohne Gesundheit geht es wirklich nicht. Seit wann bist du bei der Aachen? Seit dem Winter, sage ich mal, fest. Und seit circa einem Dreivierteljahr trainiere ich immer mal mit. Aber jetzt eben seit zwei, drei Monaten bin ich dauerhaft dabei. Und du hast jetzt den Sprung geschafft von der A-Jugend, direkt in die erste, nicht über die zweite? Genau. Ja, direkt. Das ist jetzt ungewöhnlich, das sage ich jetzt mal, wenn man das Vertrauen kriegt vom Trainer, von der A-Jugend direkt in die erste hochzukommen, ne? Ja, gut, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich bin jetzt auch eine Ewigkeit in dem Verein, wie das immer läuft. Aber ich fühle mich da schon geehrt, dass ich da gefragt wurde. Und es läuft ja auch ganz ordentlich bisher. Aha, Bescheidenheit ist eine Zier, das freut mich. Und wenn ich dich so angucke, du bist ja auch nicht der Kerl, sage ich jetzt mal, von 1,90 Meter und 85 Kilo. Zart, schlank, krank. Aber entscheidend scheint doch zu sein, was du auf dem Platz ablieferst, ne? Ja, das denke ich auch. Und das Körperliche, das lässt sich ja noch verändern in den nächsten Jahren. Das hoffen wir mal. Wie viele Spiele hast du bis jetzt gemacht? 5 Spiele, ne? Und 1 ist mir bisher gelungen, in Pflichtspielen zumindest, also Freundschaftsspiel auch noch. Sehr gut. Wo warst du vorher? Welche Vereine hast du alles schon gesehen? Wo kommst du ursprünglich her? Also mit Fußball angefangen habe ich beim SV Oberschöna, also Dorf hier in der Nachbarschaft. Dann bin ich auf die Sportschule gewechselt zum CFC, dann zu Dynamo Dresden und dann seit der B-Jugend spiele ich beim BSC. Fein. Also die Nachwuchsarbeit vom BSC, seit Jahren bekannt, muss man einfach mal so sagen und was da hervorgekommen ist. Und das ist ein weiterer Schritt, dass man mit der eigenen Jugend die erste Mannschaft stärkt, finde ich toll. So, nun schauen wir mal zurück, die letzten Spiele, so schlecht war es doch gar nicht, wie wir aus der Winterpause rausgekommen sind. Gegen Riesa unentschieden, wer war der Dorfschütze? Das war ich sogar. Beim 1 zu 1, genau so ist es. Dann gegen Ingerlitz, ein 0-0, wo eigentlich für Freiberg immer ein schweres Pflaster war, ne? Das war auf jeden Fall ein positiver Erfolg. Ja, ich sag mal, wir waren da vom Kader her recht dezimiert und dort ein 0-0 war schon eine ordentliche Leistung. Finde ich klasse. Ja, dann drei ganz wichtige Punkte gegen Grimma. Das kann man so sagen. 2-0 als souveräner Sieg, ganz klasse. Ja, und jetzt am Wochenende gegen Eilenburg, ein 1 zu 2, war mehr drin, ne? Wenn ich das so gelesen habe und wenn ich mit den Leuten spreche, die dabei waren. Ja, also letztendlich wäre, denke ich mal, ein Punkt verdient gewesen. Aber eben unsere Schlussoffensive kam ein bisschen zu spät. Zwei frühe Gegentore bekommen, immer kurz nach den Halbzeiten. Vor der Halbzeit und nach der Halbzeit. Also, okay. Aber Eilenburg, ich habe das Spiel hier gegen Eilenburg gesehen. Das ist ja keine Laufkundschaft, das muss man mal tatsächlich dazu sagen. Und wenn ich sage, Pfostenschuss war ja auch noch dabei, ne? Also von daher, okay. Ja, auch alle Gegner jetzt in der Rückrunde, wenn man jetzt auch Inter-Leipzig dazu nimmt, das waren jetzt fünf Gegner, die über uns stehen. Und da haben wir acht Punkte geholt. Ich denke mal, das hat vorher niemand so unbedingt erwartet und auf dem Zettel gehabt. Und da kann man schon recht zufrieden mit sein. Das denke ich auch. Das muss man auch mal so werten. Das ist ein Erfolg mit 26 Punkten. Es sind zehn Punkte zu einem Abstiegsplatz. Aber der Trainer wird jetzt gleich wieder die Bremse reinschmeißen und sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da hat er auch vollkommen recht. Da hat er recht, ja. Tja, jetzt kommt in der Woche, Sonnabend. Da haben wir Post-SV Dresden. Und die sind nun der Letzte. Ja, aber natürlich, wenn man sich die Tabelle anguckt, gut, die haben noch kein Spiel gewonnen. Aber das macht den Gegner vielleicht sogar noch gefährlicher. Weil die haben wirklich nichts zu verlieren. Wenn sie jetzt nicht irgendwann mal punkten, dann sind sie eigentlich schon abgestiegen. Und ja, so ein Gegner ist vielleicht noch schwieriger als einer aus der höheren Tabellenregion. Ich denke auch, diese alte Problematik, die im Hinterkopf manchmal mitspielt, das ist der Letzte. Okay, das denkt Simon. Und dann während des Spiels, wenn es mal nicht läuft, den Hebel umzulegen, ist egal in welcher Klasse man spielt, ist es unheimlich schwer. Also wie ich euren Trainer kenne, wird er euch aber sehr, sehr genau vorbereiten, oder? Ja, das denke ich auch. Also das Training jetzt am Montag war schon recht intensiv. Also die Vorbereitungen laufen und wir werden alles geben, um da die drei Punkte da zu behalten. Fein. Also ihr seid überhaupt nicht abgehoben, sondern es geht euch einfach darum, diesen Gegner genauso ernst zu nehmen. Ja, na klar. Ja, danach habt ihr erstmal Spiel frei, weil das Spiel, wir reden auch noch über, gegen Jimmy Leipzig ist verlegt worden. Dann ist Heidenau der nächste Gegner wieder zu Hause. Also wir haben jetzt zwei Heimspiele direkt nacheinander. Aber das wäre was für das Punktekonto, ne? Ja, also Heidenau und Post beide im Hinspiel gewonnen. Wäre natürlich super, wenn das im Rückspiel genauso klappt. Aber wie sagt man, man soll das Fell eines Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist, ne? Genau so machen wir das. Ja, dann habt ihr das Auswärtsspiel, Döbel, der SC. Stehen hinter euch, ganz schwer im Abstiegskampf. Auch dort ist etwas möglich, oder? Auf jeden Fall. Auch dort müssen wir eigentlich gewinnen. Aber ja, die drei Spiele, die du gerade genannt hast, natürlich, neun Punkte wären da ideal. Und damit wäre fast unser Ziel Klassenerhalt schon fast sicher mit diesen neun Punkten. Aber die muss man auch erstmal holen. Und das wird schwierig genug. Ich denke auch, gegen Rieser, Grimmer, Einbruch. Da ist jeder total motiviert, der weiß, worum es geht. Ja, das Spiel am 11.04. gegen Chemie Leipzig fällt aus. Es gibt ein paar Sicherheitsgründe, dass die Polizei nicht die Absicherung machen kann. Am Pfingstmontag kommt Chemie, so wie sie heißen, hier nach Freiberg. Und Chemie ist, wenn ich die Tabelle richtig lesen kann, Spitzenreiber. So sieht es aus, ja. Und Chemie waren in Leipzig, beziehungsweise hier, immer richtige Derbys. Hast du die gesehen? Also, in Freiburg beim Pokalspiel war ich mit dabei. In Leipzig, da war ich nicht mit dabei. Aber du kennst dir ungefähr die Atmosphäre? Ich kenne die Atmosphäre. Beim Heimspiel, beim Pokal waren 800 Leute da. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Und dann noch der Ausgang zugunsten von uns, da war schon ordentlich was los. Also, wir dürfen für den Pfingstmontag einen richtig heißen Fight erwarten, oder? Definitiv, ja. Das wäre klasse, denn wenn ihr vorher schon ordentlich Punkte eingefahren habt, dann könnt ihr mit offenen Visierspielen. Und ich denke mal, wir laden die Zuschauer gemeinsam ganz herzlich ein, für den Pfingstmontag hier nach Freiberg zu kommen, gegen Chemie, gegen den 1. der Landesliga. Und den wahrscheinlichen Aufsteiger in die Oberliga. Denn im Moment sieht es richtig gut aus für Chemie. Wenn ihr nicht noch was dazwischenlegt, sage ich jetzt einfach mal. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Spätestens, wenn Sie die anderen Heimspiele gegen Dresden und Heidenau nicht in Anspruch nehmen wollen, was natürlich sehr schade wäre, aber am Pfingstmontag gegen Chemie Leipzig, ich denke, da wird sich das gesamte Erzgebirge und der Freiberger Raum hier in Freiberg treffen zum Spiel gegen Chemie. Wir sind hier im Freiberger Schankhaus. Dir danke ich erst einmal ganz herzlich, dass du da warst. Man sieht sich, ne? Danke, dass du da warst. Und für Sie, meine Damen und Herren, noch eine Empfehlung. Das Schankhaus, 18.63 am Ostersamstag, dem 4.04. spielt hier ab 20 Uhr Livemusik die Gruppe Rollsplit. Wer das erleben möchte, kommen Sie her. Ein gutes Bier, eine gute Truppe und entsprechende Stimmung. Ich kann Ihnen nur empfehlen. In dem Sinne, meine Damen und Herren, der Braumeister Michael und der Manuel Senz-Fußfachen ganz herzlich klicke auf. Bis zum nächsten Mal. Prost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017